Das ist der neue Song Weiß nicht mehr, was ich heute machen soll Doch ich weiß ganz genau, dass es irgendwie schon klappen wird Ja, ja, ja Vergesst nicht zu abonnieren Zu kommentieren, zu liken und die Glocke aktivieren Warum ist meine Stimme gerade so krass? Ich hör's grad selber, selber 24, 7, sitz ich hier, denke nur an Videos Mein Horizont sind die Videos, Videos Ich komm nach Hause 15.50 Der erste Schritt, Knopf an Ich tick auf Play, übertragen YouTube starten, ja Ich muss mir erstmal ein Spiel aussuchen und dann Eine Stunde voll kriegen Ich sitze hier jetzt schon eine Stunde Da bin ich überlegen, ob ich jetzt aufhören soll Aber wisst ihr was, ich mach manchmal noch länger Am Wochenende 10 Stunden, ja, ja Ja, wisst ihr ganz genau Das ist einfach nur krasses Der Text ist nicht mal da Sondern das ist nämlich Freestyle Ich mach einfach das, was mir gerade einfällt Weiß ich mal, was ich machen kann Ja, ja, ja Mir fällt nichts mehr an dazu Vergiss nicht zu abonnieren So kommen wir dir zu liken und die Glocke aktivieren Damit ihr immer in der Benachrichtigung bekommt Und ja, bitte macht es einfach Denn es lohnt sich Jeden Tag neue Songs, Livestreams, Videos schneiden 10 Stunden, hochgeladen in 10 Stunden Es ist gerade 18 Uhr 14 Ne, warte, ich hab mich gerade vertraut Ja, ich guck auf die Glocke, es ist 19 Uhr 14 Gleich 19 auf 15 Warum mach ich das gerade abüben Irgendwie klingt das krasse, ja Ich bin der Brunhunter Hallo, neighbor, hey, ja Bitte fragt dich zu abonnieren So kommen wir dir zu liken und die Glocke aktivieren Ich küsste den Show aus, sie lieben und erinnert mich Und dann lasst du dich dann auf, yeah Bitte versucht euch angesprochen zu fühlen Denn dieser Beat wird einfach kein Seier Ich halte es langsam nicht mehr aus Die Minuten fühlen sich ja, weil ich halte es nicht mehr aus, ja Es ist einfach nur zu viel Druck Denn ich hab kein Text mehr, der mir gerade einfällt Ich hab Freestyle drauf